Hallo Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Fraggen. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht das auch gut, danke. Und zwar habe ich mir gedacht, der Name des Fraggen-Universums ist echt öde. Das klingt so bescheuert. Deswegen werde ich eine Namensänderung durchführen. Und zwar... Jeffrey Fraggen! Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was, Jeffrey? So etwas Schwieriges muss ich in der Suche eingeben? Ja, der Name ist wirklich schwierig, aber ich glaube, ihr solltet meinen Kanal auch finden, wenn ihr nur Fraggen eingibt. Am Bildschirm seht ihr nun das Logo. Und man wird den Namen so schreiben. Tja, Freunde, das Video zur Namenänderung endet auch jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Habt euch lieb! Euer Jeffrey! Wee! 말� Where are you? Things are böseh. Ich bin dum- rosterig. Mucho zehnmalcertation. Die sind die Anklareh-Uhr, das ist die rosegen? Die Frau, die ich hier bin, das ist auch schon ändern. Weil duidade wie gewonnen, sind ja.